Schon gut. Du hast bestimmt viel durchgemacht. Wenn du willst, dann können wir dich ein Stück mitnehmen. Ja, klar. In Falkenstein kann man dir bestimmt weiterhelfen. Wie heißt du? Ich? Ich bin... Alain. Und wer sind ihr? Wer wir sind? Wir sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Wir jagen im Wind, wir reiten geschwind, weil wir Freunde sind. Seid ihr immer so gut drauf? Klar.